oh leute wir müssen hier rüber könnten hier auch draußen wieder ein bisschen hilfe also da müssen wir jetzt irgendwie rüber Flo bist du auch noch da? mh bist du noch da ok rüber springen ist nicht also kommt doch mal eben zu mir oh Mist ich bin rüber gespürt ich komm zu euch ich hab nämlich ein paar Säure Waffen bei mir im Inventar gehabt ah ich bin auch da auf gehs so geil ist hier wie schon ach was hab ich denn meine Säure-Sprug-Blinde warte mal gucken oh guck mal wie schnell die wegfressen so medikit gefunden so äh warte bleiben da gibt's ne Waffenkiste ja oh ich hab Klappler schon befreit auszusehen oh was kann ich glaub die würd dich freuen du bist nicht tot ah ne die kannst du haben ok so warte mal wenn wir jetzt gerade mal eben hier ein bisschen Luft haben jetzt lass deine Säure Waffen mal stecken hier hier sowas hab ich noch und sowas hab ich noch so ey warte mal wo das Ding wird eventuell ich bin hier drüben wird's dem Beste sein als das was ich habe den nehm ich mal ich brauch Raketen so wir stehen schon vor Claptrap achso das ist ein Snipergewehr hm ich hab nen Hedekis gefunden ich hab sonst äh falls du ne falls du was anderes willst ich hab noch ne äh Mg in Säure stop passt schon passt schon heeey kreisende so stop dann mal los ist eine von euch vor äh Banditenpatrouillen ausgeschaltet 0 von 4 Torf infiziert äh und Baron Flint getötet mehr hab ich nicht warte dass das Claptrap gesagt hat wenn die Lands anfangen sich für uns zu interessieren wird die Sache erheblich gefährlicher für dich nicht für mich ich bin hier in Sicherheit und schluffe Kamillentee die kennen die Legende von der Kammer und werden dich kaum so einfach da rein spazieren lassen ich habe übrigens auch Butterkekse ja 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 das ist ja ganz spannend so ein paar Butterkekse wäre jetzt auch was und sie hat nen Stuhl gemütlichen mhm den darf man nie vergessen äh ich hab noch Gegner gefunden äh ernsthaft ja ich seh auch einen ich seh den großen meiner lebt irgendwie nicht lange das habe ich nicht gerechnet wo seid ihr äh da wo wir hergekommen sind sind wir langgegangen wo ist das Köln da ja ich bin andersrum gegangen ich renne hier glaube ich gerade nur hinterher ja warum springe ich nicht hallo hä jungs ja 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 ok kurzer Sky Flag bei mir hat bei mir hat gerade das Spiel rumgepackt äh ja beziehungsweise bei mir leckt das Spiel gerade ein bisschen rum ey ich kann so eure Waffen nur empfehlen und Feuer alles weg ein Schuss noch aber ich kann nicht schießen was warum sind wir eigentlich hier langgegangen Leute wir hätten einfach nur den gleichen Weg zurück gehen sollen als wäre das das ja das ja 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 oh Gott ja 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 So Oh, geschützt Das sind mehrere Okay Okay, hier vorne waren wir auf alle Fische Hier hinten auf alle Fälle noch nicht Ihr seid übrigens ganz lustig, ihr seid jetzt einfach gerade abgebogen Und hier vorne waren zwei Geschütze Ich bräuchte Snapper Money Ja, aber Munition werde so langsam auch echt mal was feines Lass uns mal aus dem Gebiet hier rausgehen, das wird langsam zu viel Ja, he 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 Dann Abflug hier Ich glaube, jetzt haben wir eine neue Gegnerart freigeschaltet, die jetzt überall auf uns warten wird Warte mal, hier gibt's Muni Ah ja, schon So Einmal das und einmal Schrot, die brauchen wir noch Lalalala So Das ist klar, jetzt können wir die ganzen Waffen wieder umbauen Ach Ach Okay, das passt schon So Alter, was war das? Das war juli Keine Ahnung Keine Ahnung Okay, erst kann das noch im Menü Ah, ich muss noch ein bisschen was verkaufen Hm Kenne ich Die ganzen Säure Waffen als Beispiel Ich hätte auch ein paar Sachen zum Verkaufen, aber egal Habt ihr Tetris gespielt früher? Ja, natürlich Ohne Ende Ja Stimmt nicht, bin ich im Menü Juvie Lover ist in einem Menü Jo Äh, jetzt nicht mehr Oh, es geht los Darf ich auch mal sein, oder? Nein Nein Eine Kugel in den Trommel Revolver drehen Am Kopf halten Abdrücken Ich hab zwei Nächste drin Der Nächste ist dran Eine zusätzliche Kugel in den Revolver drehen Abdrücken Warum biebt das hier andauernd so? Weil bei mir biebt die nix Bei mir biebt die auch nix Bei mir schon Aber es kann an den Grafikeinstellungen liegen die ich jetzt wieder drin habe Du hast zittrige Hände Warum geht da ein Strahl in den Himmel? Ja Man liegt ein Patrouillentor infiltriert Ahja So So Der Hund hat früher für mich gearbeitet Aber ich hab ihn wegen Unfähigkeit gefeuert Er hat mir dann noch ein Fragment gestohlen Und meinen Hund getreten Das vierte und letzte Teilstück des Schlusses Das Fragment meint mich Nicht der Hund Nicht der Hund Er hat ein Hund getreten Sehr klasse Das wichtigste Er hat den Hund getreten Ja ein Hund treten ist schon ziemlich böse ne Kannst nicht einfach machen So Jetzt sind wir Oh Gott Riesengebiet Ich hab hier schlechte Nachrichten für euch Jungs Ist das ein Riesengebiet? Ahja Das wer hat einen Riesen Oh Gott Ich Oh mein Gott So was haben wir hier? Medikamente Passt schon So Oh hier gibt es aber ein Auto Hier gibt es Autos Da brauchen wir aber hierfür Ich muss mal andere Autos haben Hierfür brauchen wir bessere Farben Gibt es neue Nein Gibt es aber keine Neun Einsteigen Bitte alles einsteigen Jungs nicht zu weit vorne Wir müssen hier als Gruppe agieren Folgt einfach den Weg Und dort wird dann irgendwas großes bewaffendes Komm mit Auto Gegen das wir fahren müssen Behaupte ich jetzt einfach mal Menge Psychopathen Du bist gekommen Sehr gut Daraus habe ich mich schon gefreut Meine Männer sind Ungeduldig Aber ich werde das hier auskosten Bis dein Blut den Sack durchdreckt und dein Kadaver Weil da nur noch Rackmotei ist Also Okay Also wir müssen hier irgendwie Irgendwas ausschalten Ne Irgendwas warum fährt er dann wieder zu euch Ah diese Steuerung manchmal Ja 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 die Störungen ne Pups Ah jetzt bin ich im Schützenplatz Na egal Hier rein Hier wir müssen Autos kaputt machen Ja Ah ok Erste Patrouille weg Wo sind die? Ok Weiß ich nicht ob ich werde meinen Abstand fahren Ja Boah Was die haben wir uns Du wie kannst du mich aufheben? Ja na klar Sorry Wow Dankeschön Gern noch Gibt es neue Autos? Ich glaube nicht Sie müssen einmal um die Station hier rumlaufen Also irgendwie sind Handfeuerwaffen Ging die tausend mal effektiver Was machst du da gerade? Autofahren Das versuchen Habt ihr die letzte Patrouille irgendwo gesehen? Ich such ihn noch Ne Hier die Richtung Ah Warte Ach schaust du aus So Er erledigt Sagt ihr euch noch was? Ja Bei mir hat er gesagt Bis wenn ihr euch so hartnäckig Und dann war es zu Ende Betretet meine bescheidene Kommt doch rein Betretet meine bescheidene Unterkunft Ah ja bis dann Die Saat A Die Tja Es ist 大 wird Fort Voigt Tja Tja ich habe meine klett rettungen angenommen hier liegt eine epische schrottflinte 44 40 mal 9 nahkampf schaden erhöht rückstoß verringerung eigentlich nicht so gut brauche ich nicht kannst verkaufen so vergibst du mir nämlich schon mit ich brauche immer hilfe zu kriegen